Ich brauche hier drüben noch zwei Männer! Ihnen den Geschmack der Peitsche zu Kosten zu geben, bevor Sie etwas angestellt haben, das ist wichtig. Präventive Bestrafung ist das Prinzip. Verstehe, Sir. Noch müde, was? Der Mann hat gegähnt, geben Sie ihm Schwimmunterricht. Was? Wieso denn? Nein, nicht doch! Ich hab doch doch nur mal... Hey! Ja, ja! Okay. Sehr gut gemacht, Sir. Guten Morgen, lieber Captain. Wunder, wunder, wunderschöner Tag heute.